Honigthrone, was ist da 0 hoch 0? Also ich merke schon, ihr seid ganz heiß drauf, rauszukriegen, was jetzt mit 0 hoch 0 ist, oder? Und auch das habe ich vorbereitet. Das ist die nächste Regel, mit der wir uns hier in True Math beschäftigen. So, hier. Lasst uns damit mal befassen. Was ist 0 hoch 0? Was bedeutet überhaupt hoch? Vielleicht gucken wir uns das mal genauer an. Was bedeutet hoch? Etwas hoch nehmen, eine Zahl hoch einer anderen Zahl nehmen. Also was bedeutet denn 2 hoch 3? Was bedeutet das denn? Wiederholte Multiplikation, genau. Das ist eine Kurzschreibweise, um zu sagen, wir wollen drei Zweier miteinander multiplizieren. Also 2 mal 2 mal 2. Genau. Wir multiplizieren drei Zweier miteinander. Ja, Mavinga, genau. Vorsicht, nicht n mal mit sich selbst multiplizieren. Da muss man ein bisschen aufpassen tatsächlich, denn wenn ich die zwei dreimal mit sich selbst multipliziere, habe ich ja vier Zweier da stehen. Ich habe nur zwei Multiplikationen, aber ich habe drei Zweier, die ich miteinander multipliziere. So, und da kommt, wissen wir alle, was da rauskommt, da kommt 8 raus. Ja, und dann können wir uns mal anschauen, was gibt 2 hoch 2. Dementsprechend natürlich, ich multipliziere zwei Zweier miteinander und da kommt vier raus. 2 hoch 1, können wir vielleicht auch noch hinschreiben. Das ist dann sinnvollerweise die 1, nur eine 2 meine ich, nur eine 2, genau. Also 2, so. Und wir sind gerade dabei, zu definieren, was hoch bedeutet. Und wir haben das jetzt eingeführt als Kurzschreibweise. Man könnte auch zweimal zweimal zwei schreiben. Wollen wir aber nicht, weil es umständlich ist. Insbesondere, wenn wir 15 Zweier miteinander multiplizieren wollen oder 100 Zweier und so weiter, dann ist das natürlich sehr lang, das als Multiplikation auszuschreiben. Und deswegen führen wir eine neue Schreibweise ein. Hoch Potenzschreibweise. Und jetzt, ja, sagen wir, was bedeutet hoch eine Zahl? Naja, hoch 3 bedeutet, man nimmt dreimal die 2 in diesem Fall und multipliziert sie miteinander. Hier 2, 2 hat 2 hoch 1, bedeutet dann, ich nehme einfach nur die 2. Und jetzt überlegen wir uns, was müsste 2 hoch 0 sein? Sieht jemand ein Muster? Wir haben vorhin gesagt, Mathematik ist die Wissenschaft von den Mustern und Strukturen. Ja, von den Mustern und Strukturen. Sieht jemand ein Muster? Was ist das Muster hier in den Ergebnissen? Immer durch 2, sehr gut, genau. Es wird immer durch 2 geteilt. Man teilt immer durch 2. Durch 2, durch 2. So. Beim Exponenten nimmt man immer minus 1. Ich ziehe 1 ab, bedeutet hier durch 2. Im Exponenten, ich ziehe 1 ab, vielleicht schreibe ich das auch mal hin. 1, klein, minus 1, minus 1. Exponenten ziehe ich 1 ab, dann teile ich das Ergebnis durch 2. Das ist ja immer eine 2 weniger, die ich multipliziere. Also logischerweise ist das Ergebnis genau halb so groß wie das Ergebnis vorher, hier in dieser Reihe. Was müsste dann 2 hoch 0 ergeben, wenn dieses Muster fortgesetzt werden würde? 1, genau, 1, klar, weil ich muss hier jetzt auch wieder durch 2 teilen. Also logisch wäre es ja, dass 2 hoch 0 dann 1 wäre. Und genau so macht man es auch. Man definiert 2 hoch 0 oder eine natürliche Zahl ungleich 0, müssen wir jetzt überlegen. Aber irgendeine natürliche Zahl, die jetzt mal nicht 0 sein soll, sondern 2 hoch 0 beispielsweise, definiert man als 1. Damit dieses System, dieses Muster auch tatsächlich passt. Das nennt man übrigens eine Permanenzreihe. Man schaut sich eine solche Reihe an, man modifiziert minimal etwas und schaut sich an, welches Muster entsteht. Und aufgrund dieses Musters kann man dann Überlegungen anstellen, wie es weitergehen müsste. Und das ist natürlich so, dass dann auch, ja, 5 hoch 0 gleich 1 ist und 7 hoch 0 gleich 1. Und demnach könnte man annehmen, dass auch 0 hoch 0 gleich 1 sein muss. M.G. fragt, kommen jetzt regelmäßig Uni-Streams? Ja, wir streamen auch regelmäßig aus der Hochschule, genau. Wer wissen möchte, wann wir streamen, in Discord schreibe ich das immer rein, wann die Streams sind. Einfach dort nachschauen. Okay, also mit dieser Permanenzreihe könnte man schließen, 0 hoch 0 müsste auch 1 sein. Übrigens, das hat da vorhin jemand geschrieben, das können wir uns vielleicht nochmal anschauen. So funktionieren auch die Potenzgesetze, wenn wir eine natürliche Zahl durch 0 gleich 1 definieren. Ich habe mal ein Beispiel für euch, kurz überlegen. Nehmen wir mal folgendes. Beispiel 2 hoch 3 mal 2 hoch 2. Was ist das, wenn ich das jetzt ausrechnen wollte? Oder erst nochmal die Definition anwenden von der Potenz. Was ist 2 hoch 3 mal 2 hoch 2? Genau, als Ergebnis 32, genau. 2 hoch 5, genau. 2 hoch 2 plus 3, richtig. Also ich habe ja hier, 2 hoch 3 sind 3 Zweier, die ich miteinander multipliziere. 2 hoch 2 sind 2 Zweier, die ich miteinander multipliziere. Also insgesamt habe ich ja 5 Zweier, ist also 2 hoch 3 plus 2, gleich 2 hoch 5. Okay. Diese Zahl bedeutet, diese Darstellung bedeutet, ich multipliziere 3 Zweier miteinander. Die sagt, ich multipliziere 2 Zweier miteinander, also insgesamt 5 Zweier. Ich muss die Exponenten addieren. Das ist ein Potenzgesetz. Wenn ich dieses Gesetz jetzt auch anwenden möchte, wenn eine der beiden Exponenten 0 ist, 2 hoch 3 mal 2 hoch 0, dann würde das ja bedeuten, dass ich einfach die Exponenten addieren kann. 2 hoch 3 plus 0 ist 3, also müsste 2 hoch 3 rauskommen. Wenn 2 hoch 3 mal 2 hoch 0 gleich 2 hoch 3 ist, was muss dann 2 hoch 0 sein? 1, genau. 2 hoch 0 muss 1 sein. Denn nur 2 hoch 3 mal 1 ist 2 hoch 3 als Ergebnis. Also, ihr seht, es macht Sinn, hoch 0 als 1 zu definieren, weil einerseits die Permanenzreihe funktioniert, also das Muster setzt sich fort, und auf der anderen Seite die Rechengesetze auch funktionieren. Also, das macht Sinn. Demnach könnte man annehmen, 0 hoch 0 ist gleich 1. Jetzt gibt es aber noch ein anderes Argument. Was ist denn 0 hoch 5? 0, genau. 0 hoch 5, ich multipliziere 0, 5 Nuller miteinander, ne? 0 mal 0 mal 0 mal 0 mal 0 mal 0 ist gleich 0. Okay. Das können wir natürlich so weitermachen. 0 hoch 4 ist gleich 4 Nuller miteinander multipliziert. Naja, da ändert sich nicht viel, das ist klar, oder? 0 hoch 3. 3 Nuller miteinander multipliziert, kommt auch 0 raus. Okay. Machen wir es noch weiter. Kommt 0 Quadrat, kommt 0 raus. 0 hoch 1, kommt 0 raus. Ja, und wenn wir jetzt diese Permanenzreihe weiterführen, führen wollte, dann wäre ja 0 hoch 0 sinnvollerweise auch 0. Es verändert sich ja nichts am Ergebnis. Also müsste das Ergebnis 0 ja gleich bleiben, auch wenn ich hier vorne auf 0 hoch 0 übergehe. So, jetzt haben wir zwei Varianten. 0 hoch 0 gleich 1 erscheint sinnvoll aus den Überlegungen, die wir links getroffen haben. 0 hoch 0 gleich 0 erscheint sinnvoll aus den Überlegungen, die wir rechts getroffen haben. Was machen wir denn jetzt? dritte Option wird vorgeschlagen. Pat, genau. Die dritte Option wäre 0 hoch 0 ist unbestimmt. Das ist die dritte Option. Wir lassen es offen. Wir können 0 hoch 0 nicht ausrechnen. Nuklear. Wir definieren es uns, wie es uns gefällt. Genau. Also, ihr merkt, in der Mathematik ist es nicht so, dass immer alles sich logisch ergibt, eins zum anderen und ganz klar ist. In diesem Fall ist es tatsächlich so, es gibt Argumente für 0 hoch 0 gleich 1. Es gibt Argumente für 0 hoch 0 gleich 0. Und entweder man macht es so, dass man 0 hoch 0 so definiert, wie es im jeweiligen Kontext sinnvoll ist, nützlich ist. Und tatsächlich ist oft 0 hoch 0 gleich 1 gesetzt, weil, ja, bestimmte Reihenfolgen, bestimmte Zahlenfolgen sich sinnvoll so fortsetzen lassen. Das macht Sinn, dass sozusagen der nächste logische Wert, der für 0 hoch 0 angenommen werden müsste, wäre die 1. Es gibt verschiedene Zahlenfolgen, wenn man die konvergieren lässt, dann macht das Sinn. In anderen Fällen sagen MathematikerInnen, 0 hoch 0 ist unbestimmt. Können wir nicht, können wir nicht ausrechnen. Ja, mit dieser Unklarheit müssen wir leben. Tut mir leid. Es gibt keine Lösung an dieser Stelle. Phil Conner definiert 0 hoch 0 als den überlagerten Quantenzustand. Oh mein Gott, jetzt gehen wir aber hier in Gebiete. Pippi Langstrumpf würde das unterstützen. Da bin ich dafür. Michael Kühn, man könnte es wie in der Physik wie mit dem Licht machen, mal Teilchen, mal Wellen. Genauso macht man es hier. Wir haben ja gerade die Potenzschreibweise erfunden als vereinfachte Schreibweise für die wiederholte Multiplikation. Und dann können wir ja machen, was wir wollen, solange es sinnvoll ist. Und wenn mehrere Dinge sinnvoll sind oder nicht eine der Varianten als die richtige erscheint, dann hat man Freiheit. Das ist doch schön. Wir sind frei zu entscheiden, was wir machen.